Was ist denn der Text, Jupp? Er hat eine Bierbuddel umgekippt. Nee. Hat er. Echt? Ja. Das ist ja eklig. So zahle ich dir. Oh ja. Ich muss jetzt ab sofort, wir haben heute nicht mehr über diese scheiß Bakterium gesprochen. Du gehst mir sowas von dermaßen mit einem Eheg auf den Sack, den Klumpf zu hören. Und jetzt möchte ich nichts mehr darüber hören. Ende der Durchsage. Meine Herren, ich hab auch zehn Jungen Döner gefressen, haben sie mir gefragt, mit Tomaten und Gurken. Ich hab gesagt, na los, das sind doch kein Döner. Prost.